Finde ich übrigens cool, wenn er draußen rumläuft, dann hat er die Knarre immer so hinter sich, dass man sie nicht sofort sieht. Sehr schick gemacht eigentlich. Geile Hose. So, da wollte ich mir auch schon mal kaufen, in pink. Ne, ganz so gar nicht. Ja? Irgendwann werde ich dem CTOS danken müssen. Eigentlich voll gemein, wenn man mal guckt. Ich finde das voll fies, wenn man sich das mal anschaut, was die teilweise hier arbeiten, die Leute. Ja gut, wenn jetzt irgendwie steht, hilft ehrenamtlich Obdachlosen auf einmal, zwar gestehen 500 Dollar vom Konto ab, das ist da nicht so nett, aber irgendwie, das ist immer random und das sind ja alles nur Computerfiguren. Ach, guck mal übrigens, was cool ist. Wenn ich jetzt andere Leute scanne, dann sieht man ja immer die Gesichter, ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Aiden... Na gut, jetzt geht's nicht. Jetzt sag ich Aiden, weil ich es so gewohnt bin von Beyond Two Souls. Was macht der da? Hier, wenn ich jetzt zum Beispiel Aiden scannen will. Hihi. Aber heute wird er niemandem was tun. Pixel, Pixel. Neue Anruf, Tracy? Und ich habe... Finde ich saucool irgendwie. So. Oh, Verbrechen erkannt, das mache ich gleich mal. Das ist auch interessant. Manchmal kommen einfach mal so random Verbrechen und die können wir dann entweder lösen oder... Ja, wir lassen es einfach. Ey, lies mich mal nicht an. Das ist unhöflich. Ja, wie gesagt, das Hacken, ihr seht's. Am Anfang ist es noch ganz spaßig, aber mit der Zeit wird es einfach nur blöde, weil wir sehen dann... Also ich zumindest, ich achte dann gar nicht mehr auf die Texte, die da stehen. Sondern ich gucke einfach nur, ob da ein X aufblinkt und ich die Leute halt hacken und das irgendwas abstauben kann. Hier zum Beispiel. Zack. Zum Schießen. Der alte Sack hat's wirklich verdient. Ach ja? Keine Angst. Er hat den alten ja nicht verprügelt oder so. Nur getreten. Der alte... Okay. Er ist hier irgendwo. Ich muss vorsichtig sein, unentdeckt bleiben. Mal sehen, was der Profiler sagt. Es kann Video-Blackout, das Livestream. Hehehehe. Ja, ich kenne ihn. Das dachte ich mir. Man kann... Ach komm. Man kann sich alle Gespräche anhören, aber irgendwie ist es immer so was Triviales, Belangloses, habe ich bisher schon festgestellt. Das ist die Gegend. Jetzt muss ich nur noch diesen Kerl finden. Das muss die Frau sein, die der Typ verfolgt. Er ist in der Nähe. Ich kann es spüren. Ja, auf die Schnauze, Kumpel. Jetzt tut er keinem mehr was. Auftragsmörder ist er sogar. Ja, seht ihr? Verbrecher neutralisiert. Opfer unverletzt. Und jetzt hat sich hier oben auf unserem Balken was getan. Ist Richtung... Ich muss hier weg. ...positiv gewandert, schätze ich mal. Ja, und wir haben sogar noch... ...ein Upgrade. Das ist schön. Wie viele Punkte habe ich denn? Ne, warte mal. Fortschritt. Hier ist das irgendwo dabei. Hier. Schneller Wechsel. Beschleunigen Sie den Waffenwechsel. Das ist ja nett. Ich habe die Frau nicht geschlagen. Ich habe den Typ geschlagen. Auch wenn es so aussah. So, wie gesagt, einfach mal alles so random hacken. Was ist 2280? What the hell? Übereil dich. Du fehlst uns. Ihr mir auch. Bin bei Tag. Sorry, Nick. Ich muss da ran. Ich sehe euch bald. Gut. Du bist raus. Hey, wenn du mal eine Karre brauchst, ruf mich an. Ich erledige das für dich. Gäbe auch da Autos? Willst du lieber zu einem richtigen Autohändler gehen? Ich stelle keine Fragen und der Typ besorgt mir jedes Auto. Und dir auch, wenn du willst. Na, vielleicht. Wie geht's Maurice denn so? Oh, dem geht es ganz wunderbar. Ich werde ihn an meinem Ablegeplatz ablegen. Ich brauche ihn lebend, Geordi. Ja, ja, lebend. Na klar. Entspricht nicht deinem Naturell, hm? Ich würde ihn abknallen und gut, aber hey, du bezahlst. Ich halte ihn am Leben, solange du willst. Ich will schließlich meinen Check. Hm. Ja, das Coole ist, wir können uns wunderschön Fahrzeuge liefern lassen. Ich glaube, das ging schon in GTA 4, oder? Was hole ich mit denen? Ich glaube, ich hole mir mal ein Bike, oder? Kodachi. Motorräder gefallen mir irgendwie in Watch Dogs. Die fahren sich recht gut. So. Ne, also Frauen schlagen möchte ich hier nicht, ehrlich gesagt. So, fahren wir erstmal auf die Geburtstagsfeier. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr so wollt. Soll ich jetzt mehr Missionen machen? Oh, Vorsicht. Missionen machen, oder halt mal ein bisschen rumschauen. Einfach Dummheiten machen, weil ich zeige euch mal was Schönes. Ich muss hier eine Kreuzung. Man kann hier nämlich ganz viele Dummheiten anstellen. Na komm, fahr irgendwo rein. Ja, die kriegen ein bisschen Panik, wenn man hier alle Ampeln auf grün stellt. Dann fahren die Leute gerne mal hinteinander. Ja, da habe ich schon ein paar schöne Crafts produziert. Oh yeah. Turbo. Ja, dummheiten sind echt so mal gut. Macht hier eine Menge Spaß. Und ich verliere mich leider oft in sowas. Machen sie schon. Weiß nicht. Ich lasse mich dann ganz schnell ablenken von irgendwie solchen Nebensächlichkeiten und vergesse irgendwann die Hauptmission. Deswegen spiele ich eigentlich nicht so gerne Open World Spiele. Ist ein bisschen schwierig für mich, immer sowas hier durchzuziehen. Aber ich denke mal, wenn ich das streame und mit euch da gemeinsam so halb Let's Player, halb... Oh, das war eine Bushaltestelle. Der große Bruder. Die Lupenmissionen, Pepe. Ich war seit der Beerdigung nicht mehr bei Niki. Bin ich so weit. Bei Jacks letzter Party, sang Lina, ein schiefes Happy Birthday. Laut und hämmungslos. Jetzt. Nein, starten musst du das, glaube ich, auch nicht, Bob. In Starten musst du, glaube ich, kein Helm tragen. Das hast du nur in Deutschland. Meine ich zumindest, dass man... Ne? Soweit ich dann formiert bin. Ich finde die Jack irgendwie cool. Aber die andere wäre viel mehr besser. Aber ich werde mal wieder wechseln. Das passt schon. Sie sind wohl hinten im Garten. Okay. Dann los. Wie alt wirst du heute? Zehn. Nein, du bist noch neun. Nein, zehn. Neun. Zehn. Neun. Zehn. Gut. Wenn das so ist, gibt's zehnmal. Geburtstagskitzeln. Was? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, zehn, acht, neun. Zehn. Zehn. Warte mal bitte. Also, ein ganzes Jahr und... Zu spät. Ja, tut mir leid, Nick. Wirklich. Komm her. Lass dich mal ansehen. Du wirkst älter. Ah, nett. Vielen Dank auch. Ist sein erster Geburtstag ohne Lina. Wie geht es ihm? Redet immer noch mit keinem außer mir. Yolanda sagt, das sei seine Art, etwas Kontrolle zu behalten. Yolanda? Seine Therapeutin. Und sie hilft ihm. Es läuft gut. Nur halt langsam. Es ist schwer, aber wir schaffen das. Hm. Jax. Hey. Ich komme zu spät. Krieg ich... Krieg ich ne Umarmung? Wow. Bist du. Groß. Hey, was hast du denn da? Wow, der Heiler. Cool. Hast du ihm was Echtes geschenkt, hm? Bring deine Spielsachen hoch. Ich will mit deinem Onkel reden. Ja, ich komme sofort nach. Das ist wichtig, dass du hier bist. Aber ich muss sicher sein, dass sich was geändert hat. Ich verspreche es. Du und Jax. Ihr seid die wichtigsten Menschen für mich. Ich werde nie aufhören, auf euch aufzupassen. Stets der große Bruder, hm? Jo. Ich lese schon den Chat, keine Sorge. Aber ich werde nicht in Cutscenes reinquatschen. Ganz bestimmt nicht. Das mache ich ganz bestimmt nicht. Ja. Ich habe im... Ich habe im ersten Moment auch gedacht, Aiden ist ja schon irgendwie ein Arsch, ne? Aber wenn man überlegt, er macht das alles für seine Schwester. Und im Prinzip ist er ja auch ein bisschen schuld daran, dass seine Nichte gestorben ist. Wir haben es ja in der Rückblende gesehen. Also schon die Ballons könnte ich feiern, wie die aussehen. Ganz ehrlich, guckt euch das mal an. Das ist der Hammer. Ja, also wie gesagt, ich lese schon den Chat. Aber, ja. Ich weiß noch, du und Mami wart furchtbar krank. Aber Dad bestand drauf, sein Sohn muss eine Geburtstagstorte bekommen. Das Ding war einfach abscheulich, verbrannt und windschief. Genauso war Dad immer. Er hat nicht alles richtig gemacht, aber die Familie war ihm heilig. Oh, entschuldige, ich plappere. Einfach mal die Medizin klauen, ich mein, stört ja keinen. Wer ist denn da? Glauben Sie, die Nummerunterdrückung schützt Sie? Ich weiß nicht, was daran komisch ist, aber die Polizei wird sicher nicht darüber lachen. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Hören Sie? Hören Sie, die Polizei kann den Anruf verfolgen. Ja, ihr hört's, sie wird gerade bedroht. Ich weiß, wo du wohnst. Sind denn alle Schlösser in Ordnung? Wer sind Sie? Und was wollen Sie? Fühlst du dich sicher? Nichts. Oh shit. Ich hätte mir das vielleicht weiter anhören sollen. Aber auf jeden Fall wird sie bedroht. Völlig unwichtig. Nur ein dummer Streich, sowas kommt vor. Meinst du, das ist stabil genug? Und? Hast du die Stimme erkannt? Ach Gott, Aiden, lass es doch, es ist gut. Gut? Er glaubt, er kann hier einfach rein. Woher willst du wissen, was er glaubt? Du überprüfst die Schlösser. Hör mal, ich schaff das schon allein. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Nicky, ich kann den Typ finden. Okay, pass auf, Aiden, du hast dich nicht verändert. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Hör bitte auf, unsere Probleme zu lösen. Denn wenn du es versuchst, machst du es nur schlimmer. Besser ich gehe. Ja, das ist eine gute Idee. Na, klasse. Ein Jahr nicht gesehen und dann sowas. Mal sehen, wie gut du das findest, wenn ich dich aufspüre. Da bist du ja. Mist, er will abhauen. Der Sack, er kommt uns nicht. Das ist meine Brüste. Das war der, oh, ihr Penner. Das Dumme ist auch, man kann nicht aus Autos rauszielen und schießen. Irgendwie habe ich es noch nicht rausgefunden, zumindest. Du Penner-Gesicht. Ja. Tut mir leid. Hab überreagiert. Du machst mich manchmal echt wahnsinnig. Aha. Komm zurück, okay? Ich verspreche, ich flipp nicht wieder aus. Aiden? Du verfolgst diesen Spinner, oder? Ähm. Du verfolgst ihn also gerade. Das glaube ich ja nicht. So ist das nicht. Hör auf, den Helden zu spielen, Aiden. Lass es einfach. Lass was? Ja, die Verbindung geschlecht. Ich kann dich nicht hören. Du kannst mich genau hören. Du musst jetzt sofort aufhören. Ja, hallo? Bist du noch da? Ich höre nichts. Ich muss los. Ja, ich hätte ihn nicht töten müssen, aber so wäre es wirklich einfacher gewesen. Ich glaube, sonst hätte ich den eine halbe Stunde verfolgt. Dann haben wir einen Deal. Scheiße, ja. Kann ich ja kaum glauben, dass ich mich für einen Telefonstreich bezahlen. Nicky Pierce, ja. Ich werde die Schlösser erwähnen. Und das Kind. Aber es wird sich falsch machen. Darum geht es, ja. Ja. Jemand hat dieses Abschloch bezahlt, um Nicky zu belästigen. Er würde für so etwas bezahlen. Hey, willst du weiter mit DeadSec? Ich brauch die CTO Essex. Ja, ich bin noch dran. Die überprüfen mich. Gib mir Zeit. Okay, dann brauch ich deine Hilfe. Kannst du einen Anruf tracen? Kann ich meinen besten Kunden absagen? Moment. Worum geht es hier genau? Um einen Kerl, der meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer ihn bezahlt. Also der Anruf kam irgendwo aus dem Loop-Bezirk. Mehr kann ich leider nicht sagen. Okay. Angenommen, ich hecke das CTOS im Loop. Dann sollte ich den Anrufer ausfindig machen können. Tun wir das. Blum baut gerade ein neues Kontrollzentrum im Loop. Das ist perfekt. DeadSec hat schon versucht, das Zentrum anzugreifen. Ohne Erfolg. Und jetzt wird es noch stärker bewacht. Das wird also nicht einfach. Sei vorsichtig. Du klingst wie meine Schwester. Bleib cool. Ich bin bewaffnet. und gefährlich. Haha. Ja, glauben wir, ein Callcenter-Mitarbeiter hier 340 Dollar. Ich bette, das ist der Kerl, den die Bullen suchen. Blum heuert private Unternehmen an, um die CTOS-Zentren zu bewachen. Die sind sicher gut ausgerüstet und haben Lust auf Action. Ich bin bereit. Guck mal, ich kann gar nicht mehr rein. Das habe ich letztes Mal gar nicht ausprobiert. Schade eigentlich. Schade, schade. Wer mag keine Bratwurst? Ne, Lea ist in Urlaub. Boah, ist die Musik laut, aber ist cool. Okay, ist doch nicht cool. Das Spiel nicht spannend genug gewesen, gab es noch einen Stromausfall im Stadion. Gut die Hälfte der Zuschauer saß im Dunkeln, ebenso das Spielfeld. Das konnte die Cubs aber nicht daran hindern, diesen Weg mitzunehmen. Autofund macht hier schon Spaß, aber irgendwie, wie gesagt, sehr schwammig alles. Oh, le, 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 le. Oh, ich muss hier durch. Ich muss genau hier durch. Dankeschön. Oh, das ist cool. Coole Musik. Oi, 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 oi. Hallo, hallo. Anfang mal mitten auf der Straße parken, ist ein bisschen assi, deswegen. Oh, was? Was ist mit dir los? Warum seid ihr rot? Was soll ich? Ich muss das Kontrollzentrum freischalten. Okay. Wenn CTOS die Wachen verdoppelt, verdoppel ich meine Waffen. Kann man euch irgendwas klauen hier? Ja, mein Fahrstil ist unbeschreiblich schlecht. Das weiß ich wohl. So, kaufen wir erstmal eine schöne 416er, wie es das Spiel vorgibt. Alles cool. Hm. Ich versuche die ganze Zeit den Chat zu verfolgen, Leute. Aber es ist jetzt ein bisschen Quatsch. Ich will auch nichts unterbrechen. Könnte ja alles mit der Story zu tun haben. Ist in der Hinsicht auch ein bisschen schwer zu let's playen, glaube ich, das Ganze. Ah, guck mal, so viele schöne Karren. Aber ich glaube, wenn ich da jemanden rausziehe, dann habe ich da ein kleines Problem, weil dann kommen schnell die Bullen. Und wie gesagt, Bullen loswerden hier ist kein Spaß in Watch Dogs. So, ist ja nicht mein Auto. Da muss ich ja nicht drauf achten, dass ich... Hier, ganz halte. Backstage-Pass. Aha. Na, Jungs, alles klar. Ja, ich glaube, die sind gar nicht böse. Leidet unter Schlafstörungen und kotzt erst mal dahin. Ja, ich habe zwei Monitore. MP Mike. Die erst mal hier am Abreihern ist. Oh oh, bleib da. So. Jetzt seht ihr mal, wie das Stealth-Part funktioniert. Das habe ich nämlich noch gemacht. Der ist böse. Böse. Oh oh. Ruft Verstärkung. Das ist nicht nett. Ah, liegt noch was. Da sind überall Typen. Das ist cool. Man kann sogar in die Handy-Kameras von den Leuten rein. Finde ich eine super Sache eigentlich. Komm Kumpel, dreh dich mal rum. Genau, er wollte gerade sagen. Okay. Da sind überall Typen. Oh, warte. Der hatte was. Ja, alles klar. Jetzt habe ich den Zugang. Über die hier. Ja, ah, ah. Nee, komme ich nicht hin. Verdammt, ich komme nicht an die Kamera ran. Oh, das war knapp. Puh. So, das Hacken funktioniert ein bisschen komisch. Ich muss nämlich einfach nur die Bahnen hier, glaube ich, öffnen. Und dann alles mit dem Teil verbinden. So. Das muss schnell geschehen, denn... Ich glaube, da gibt es ein Zeitlimit. Zum Beispiel hier, wenn ich das benutze. Dann läuft ein Countdown runter. So. Ich bin drin. Was? Du meinst, du bist im CTOF? Jetzt schon? Ich sehe mir gerade das Netzwerk. Du hast deinen Zugang und ich habe meinen. Das Profiler-System ist online. Jedermanns kleine Geheimnisse. Ein Knopfdruck entfernt. Das Ding markiert alle möglichen Sachen im Netzwerk. Das könnte sicher von Vorteil sein. Achte auf den Online-Verkehr. Da könnten Fixer im Netzwerk sein. Wenn ich sie sehen kann, sehen Sie mich auch. Okay, ich muss los. Ich habe zu viel Lärm gemacht. Gib mir Zeit, deine Wahl rüber zu finden. Ich melde mich. So funktioniert das Ganze im Stealth. Man muss nicht töten. Es geht nämlich auch so. Töten ist böse. Okay. So funktioniert übrigens auch das Online-Spielen. Man kann sich... Man kann ja einfach mal irgendwelche Leute hacken, aber ebenso auch gehackt werden. Von daher muss man da immer aufpassen. Die ist immer noch im Rai an. Guck mal. Schon eine halbe Stunde ist die jetzt hier am Kotzen. Okay, okay, Liebling. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass wir schon nachmittags bei Mom sein sollen. So früh schon? Ich weiß, wir sitzen da ewig rum, bis ihr das Abendessen auftischt. Ich verstehe das schon. Aber du kannst doch mit Dad über Hockey reden oder seinen Rundtopf trinken. Na, wieder? Mach doch weiter. Hat sich cool angehört. Ich deute dein Schweigen mal als Ja und leg auf. Hab dich lieb. Hey, ein bisschen Respekt. Ja, mal ein Respekt für deinen Beatbox. So. Alles klar. Wollen wir mal sehen. Was muss ich als nächstes? Gar nichts erst mal. Ist doch ein Automat. Ja. Machen wir Platz, Kerle. Also ich finde es so viel spannender, wenn man einfach Stealth spielt, anstatt einfach alles abzuballern. und ich könnte jetzt noch hingehen, glaube ich, in die Leute umklippeln, aber... Hey, du musst was für mich erledigen. Was gibt es? Ich habe einen lukrativen Deal mit einem besonderen Kunden eingefädelt. Er braucht einen Fahrer. Nein. Die Sache ist, die Sache ist, ich komme heute Morgen rein und sehe, wie ruhig ich mit dem Gesicht immer graben will. Also muss ich ihn wegbringen. Das Problem könnte ich einfach auf dich abwälzen, weil er schließlich dein Problem ist. Doch das ist echt nicht mein Stil. Ich bringe zu Ende, was ich anfange. Und ich habe nur eine Bitte. Ja, gut. Schön. Ich mache es. Hey, ich will dich wirklich nicht zwingen. Ich sage dir, ich mache es. Gut, um was? Genau geht es dir. Ist ein Lieferjob. Musst einen Tippen fahren. Nicht zu schwer, hm? Aber denke mal daran, dass man Ruf auf dem Spiel steht. Er bezahlt gutes Geld für den besten Fahrer Chicagos. Dann hat er Glück. Hier zum Beispiel, hilft ehrenamtlich Obdachlosen. Finde ich dann auch mal fies, wenn man die hackt. Das ist nicht nett, Leute. Macht man nicht.